Musik Zur Einsegnung eines unserer Kinder haben wir uns für den Psalm 139 entschieden. Wir hatten darüber gebetet, was könnte eine Leitplanke oder ein Geländer für dieses Kind sein von dem Wort Gottes her. Und mir fiel da auch dieser Psalm ganz neu auf. Da heißt es, Herr, du umgibst mich und du erforscht mich. Und als ich da in diesem Psalm weitergelesen habe, da dachte ich, ja genau das, das ist mein Wunsch für dieses Kind oder das ist unser Wunsch gewesen für dieses Kind, das soll es auf seinem Weg begleiten. Es sollte wissen, Gott ist in meinem Leben dabei. Gott ist der, der mein Leben gebildet hat, der mich so gemacht hat, wie ich jetzt bin. Der mir Gaben gegeben hat, der mir Talente gegeben hat, der mir ein Aussehen gegeben hat, der mir viel, viel auf meinen Lebensweg mitgegeben hat und der über meinem Leben wacht. Denn da heißt es in einem Vers, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Mit allen meinen Wegen. Das ist etwas, wo ich glaube und weiß, dass Gott auch mit deinem Leben einfach nicht den Überblick verloren hat. Auch wenn du denkst, ich weiß nicht und ich habe so ein komisches Gefühl und ob Gott dabei ist und ich bin mir nicht so sicher, sei sicher, dass das, was in diesem Psalm 139 steht, war es auch über deinem Leben. Du bist gebildet in dem Leib deiner Mutter, weil Gott dich so ausgebildet hat, wie du bist. Er hat dir Gaben und Talente gegeben und er hat eine Bestimmung für dein Leben. Und mit allen deinen Wegen ist er vertraut. Sogar die Worte, die du noch nicht ausgesprochen hast, kennt er. Er weiß sie, bevor du sie ausgesprochen hast. Und dann heißt es weiter, von allen Seiten umgib dich seine Hand. Von allen Seiten umschließt er dich. Für mich ist es immer das Bild von einem liebenden Vater, der sein Kind in die Arme nimmt. Der einfach Trost und Zuversicht und Stärke und Hoffnung und einfach einen Ausblick schafft auf das, was da kommt und was vielleicht manchmal beängstigend aussieht. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gottes Hand ist auf deinem Leben. Gottes Hand ist über deinem Leben. Und er wird es in deinem Leben gut machen. Auch wenn da Bedrängnis ist, auch wenn da der Feind versucht, dich anzugreifen. Gottes Hand ist auf deinem Leben. Er ist mit allen deinen Wegen vertraut. Es passiert nichts, was er nicht weiß. Es passiert nichts, was dich aus seiner Hand reißen kann. Sondern du bist mitten in seiner Hand. Und nichts kann dich da rausreißen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist etwas, was du als tägliches Gebet einbauen kannst. Was du mit Dankbarkeit im Herzen sagen kannst. Und nachdem du dich ausstrecken kannst. Gott ist mit allen deinen Wegen vertraut. Und Gott hat heute mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!